Musik So, hallo zusammen, hier ist wieder der Sarge mit einem weiteren Spiel Arena of Valor Wir spielen Normal Game, kein Ranked Wir sind Platinum 3 Und ja, die Teamzusammenstellung war schon scheiße Scheinbar irgendwie zwei Jungler oder so, keine Ahnung Gegner zeigen sich nicht auf der Map, auch okay Vielleicht ist das auch ein bisschen tricky Okay, Tulane ist da Gut, ich gehe trotzdem ein bisschen defensiver, weil, ne, Gegner Gehen wir auf den Sack Was macht jetzt der Tooling hier? Alter, er soll sich verpissen Ich check das Team nicht, Alter Wir haben zwei Jungler, aber irgendwie ist keiner im Jungle Ja gut, äh, ich, meine Aufgabe ist Level 4 werden Deswegen werde ich jetzt noch ein bisschen den Jungle machen Was total bescheuert ist Dann verblase ich jetzt mein ganzes Mana für ein Jungle Monster Ob das jetzt die Sache wert ist, weiß ich nicht Glaube nicht So, da ist hier irgendwer im Jungle Ich will da jetzt aber nicht hingehen, ehrlich gesagt Ohne Schuhe und ohne Damage Was soll ich da Meine Aufgabe ist Level 4 werden Und das ist somit, äh, geschafft Ist da jemand low? Oh ja, aber die wird nicht sterben Vielleicht dived sie ja Und, zack Ja, es, äh, hat sie auf jeden Fall ziemlich low gebracht Alter, ganz schön eingeschenkt hat er mir Sehr schön Sehr schön Geht wieder richtig kacke los Oh Gottes Willen Superman, der stirbt auch, oder? Der wird Ganz sicher sterben, wenn das so weitergeht So So Ulti in 10 Leute Durchhalten Ich warte bis der Bis der engaged Scheiße Ja Und mein erster Assist Den kann ich gut gebrauchen So Ich brauche echt den Blue Buff Aber den werde ich gar nicht schaffen Den werde ich gar nicht schaffen Mit meinen Mit meinem wenigen Damage Ja, gerade so 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 Engage die mal Scheiße Der ist weggeslidet Das war nicht so optimal Aber jetzt können wir pushen Wir haben Mana So Ja Ja, der teilt nicht schlecht aus Wir brauchen erstmal unser erstes Item Oh, was geht da Oh, ach du Scheiße Was ist der mit dem Der löst nie aus So, ist da jemand low Irgendwer Er ist low Erwischt, Alter Erwischt So Und rauf auf den Tower Scheiß Dreck, Alter Butterfly 4-1 Oh Mann Oh Mann Komm, komm Ulti Ulti Und weg ist der Turm Wo geht der Kann mir einer erklären, wo das Ding hingeht Und wir haben schon wieder falsch gekauft Oder nee So Oh Mann So, Teamfight, irgendwas Alter Jawohl, Leute, jawohl, gut gemacht Ja, läuft langsam, würde ich sagen Ach du Scheiße, der Turm ist auch weg Ach du Scheiße Ach du Scheiße Scheiße So Alter, was ist denn da los Alter, was für ein Kackteam So Alter 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 Alter, was ist denn da los Ach, Kacke Alter 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 Aber ich hab noch gut abgeräumt So, wie schaut's aus Ich krieg zu viel Ich krieg zu viel Ich krieg einfach zu viel Ich hab natürlich Aber da hab ich auch nicht auf die Map geschaut Das gebe ich zu Das war ein bisschen dumm Alter 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, ähm, da hab ich zweimal Assist bekommen Dafür, dass ich nicht wegkommen konnte, war das schon nicht schlecht. Zwei Kills. Jo, werden wir auf jeden Fall nicht gewinnen. Wir haben einfach zwei Tower schon nicht mehr. Wir bräuchten halt auch Türme, ne? Wir bräuchten halt auch Türme. Oh, vielleicht kann er sogar... Haha, geil! Wir haben gewonnen! Geht so. Gut, also, das war ein Spiel mit Illumia. Und wir sehen uns.